Hallihallo Hallöle, zurück bei Rotes Simulator 2015, nein, bei Minecraft, kleiner Blick ins Inventar, wir haben alles was wir brauchen, so, nach einer hoppla etwas, hoppla, hoppla hopp, ich nenn's mal fast misslungenen Aufnahme, voller kleiner Ruckler, probieren wir das heute nochmal. So, mit ein bisschen besserer Performance will ich hoffen, nein, er ruckelt schon wieder, das gibt's auch nicht. Ich habe diesmal den Rechner extra nochmal neu gestartet, damit dieses Problem nicht wieder auftaucht, aber es taucht offensichtlich trotzdem wieder auf, dann muss ich demnächst mal irgendwie intensiv gucken, was hier mir die Performance so verknießt knoddelt. Vielleicht geht's auch wieder. Ähm, so, wir wollen hier weiterbauen, heute, heute, bauen, schön, Guckwurz. Ähm, wie machen wir das, wir haben jetzt hier diese Räume, ich muss mal kurz gucken, wo ich bin, ich bin hier, okay, da müssen jetzt noch, da nochmal Räume dran und da nochmal Räume dran. Nur wie groß sind diese, das ist jetzt wieder die Frage, das müssen wir jetzt erstmal wieder herausfinden. Sie haben nicht ganz die doppelte Größe von denen. Die haben jetzt innen fünf, also sind das mehr so neun. Weil zehn sind's ja nun nicht, ne, nee. Müssen wir mal gucken, wie weit das ungefähr aufgeht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Wir machen mal lieber hier, glaube ich, die Mauer. Dass mit diesen Räumen hier auch so ein bisschen aufgeht. Dann hätten wir hier nämlich drei und haben hier drei und hätten hier wieder. Das wäre so ein angemessener Zwischenraum. Ja, würde ich mal so anbieten. Okay. So, dieser Raum hat seinen Eingang wo? Hier. Das Ganze gibt's gespiegelt hier drüben auch nochmal. Tack. Und hat seinen Eingang, der ist ein bisschen mittiger. Also nochmal um einen versetzt. Hoppla. Wenn das überhaupt möglich ist hier. Oh ne, nicht wieder ruckeln. Ganz, ganz ehrlich. Lass das jetzt heute mal bleiben, bitte. Vor allem, wenn ich hier so freischwebend rumbauen muss, wird nicht das nicht so gut. Aber mittig ist hier nicht. So, bäh, 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 bäh. Wo hat der seinen Eingang mehr so? Da. So, und der geht bis hier hinten hin. Das war falsch. Genau hier an der Kante. Ist ja nett. Und der Raum nebendran sitzt auch nochmal so. Äh, das ist ein Problem. Und der ist da runterfallen. Und der ist da runterfallen. Und der ist blöde. Bei welchen doch da kommt ich da hoch. So, und weg. Und der hat jetzt die Länge in dem anderen Raum. Jetzt bauen wir hier richtig fliegend. Das liebe ich ja, wenn Dinge fliegen. Kann ich eigentlich so gar nicht leiden. Das war auch noch einer zu Bill. Nein, Stein. Ich rette dich. Hab ich. Sollte hier echt nur überlegen, mir irgendwo einen. Ich hab einen Aufgang. Okay. Dann ist alles gut. So. Ich hoffe, der ist hier in der richtigen Position. Ja, das sind 2, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Achso. 6 insgesamt. Wenn wir irgendwas abzählen, nicht genau weiß, was man abzählt. So. Und der geht jetzt bis hinten hin. Hinten wäre so hier. Der hat seinen Eingang auch eher so da. Dem anderen gegenüber. Mehr oder weniger. Nein! Stein! Spring nicht! Das ist es nicht wert! Ey! So, okay. Jetzt haben wir hier. Das ist das dahinter. Nee, da ist offen. Da ist jetzt ein Gang. Der ist, würde ich sagen, 2 breit. Mussten wir den schon machen. Aber mehr auch nicht. Hey. Zack. Zack. Ich glaube, ich muss mal dringend meine... ...platte mal wieder leer räumen. Ich hab da momentan massenweise Projekte drauf. Dann muss man mal wieder aufräumen. Spiel durcheinander. Der geht jetzt, soweit ich das sehe, gnadenlos bis hinten durch. Dann ziehen wir den mal gnadenlos bis hinten durch. So. Oh, das ist ganz schön weit. Aber scheiß. Hepp. Hepp. Nichts. Zu weit. So. Klack, klack, klack. Und der macht hinten zu. Okay. Und jetzt müssen wir erstmal wieder ins Bettchen gehen. Wir haben ja hier in der Nähe jetzt keins mehr stehen. Das haben wir ja abgebaut, weil es uns Albträume verursacht. Das wollen wir ja nicht. Das ist faszinierend. Sobald ich hier in die Gegend komme, fängt er wieder an zu drückeln. Ich möchte mal wissen, warum der sich jetzt hier momentan nicht gebacken kriegt. Das ist eigentlich nur bei den letzten Aufnahmen, die ich gemacht habe. Allgemein, egal was es war. Keinerlei Probleme gehabt. Ist wirklich wochenlang problemfrei mit allem durchgekommen. Was ist... Hier kriegt er sich im Moment einfach nicht gebacken. Finde ich nicht gut. Das blockiert meine Arbeit. Und wir haben ja ein gewisses Zeitlimit. Ne. Sind jetzt in der Folge 104 und 110. Boah. Knapp. Wollen wir mit dem Grundriss fertig sein. Da habe ich schon keine Zeit, mich mit so einem Geruckel hier aufzuhalten. Es ist zum Glück nicht mehr ganz so schlimm wie beim letzten Mal. Das beruhigt mich trotzdem auch so ein bisschen. So. Jetzt müssen hier noch Räume dran. Und wir haben hier nicht mehr allzu viel Platz. Zwo. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Das ist eigentlich zu wenig. Das ist ärgerlich. Aber dann müsste ich hier alles komplett verschieben. Baba. Hm. Das ist blöd. Das ist blöd. Gut. Die Ecke hier ist nicht ganz so wichtig. Das heißt, ich könnte zumindest hier hingehen. Dann machen wir das halt so. Weil was auch die Frage ist, diese Räume... Wie viele sind denn das? Ach. Ist egal. Ist wurscht. Also. Toll. Aber mit einem Stein komme ich aber nicht sehr weit. Und dann müssen wir hier die ganze Linie wieder zurück. Ja, ja. Aber wir haben es bald geschafft. Hopp. Hopp. Soll. Das sollten wir das wahrscheinlich auch irgendwie zuschütten müssen. Der schöne Hühnchensee. Wir sind jetzt hier gerade bei der Außenmauer. Soweit kann ich ja mal sagen. So. Wird da hier zugemacht. Hier wird zugemacht. Ne? Da ist er auch. Okay. Hier. Hopp. Hopp. Wird zugezogen. Dann haben wir hier was. Ich weiß nicht, was das für ein Räumchen ist. Aber der ist auch maximal zwei breit. Aber innen ist er bitteschön hohl. Nicht ausgefüllt. Okay. Und. Ach du Scheiße. Dieser. Dieser Berg hier muss weg. Weil. Dieser Hügel hier. Der da drüben. Wird stehen bleiben können. Wie es aussieht. Ah. Wobei. Ich. Ich werde ein bisschen die Kante wegrasieren müssen. Aber der Berg muss weg. Der steht uns voll in den Gewächshäusern drin. Na. Mahlzeit. Sehr super. Mal wissen, warum der sich. Seit neuestem hier nie mehr erbacken kriegt. So. Wie weit geht das denn hier ungefähr? Guck mal denn hier für eine Breite. Das müsste man eigentlich abhängig machen von den Räumen da drüben. Juppa. Und zwar von diesen hier. Mal gucken, wie breit wir die hier machen. Das ist jetzt hier ein Vierer Gang. Die Räume sind natürlich breiter als der Vierer Gang. Hier haben wir auch einen Vierer Gang. Oder wie? Eins, zwei, drei, vier. Ja. Okay. Wie viel ist das wohl? Ban, ban. Die du, die du, die du. Da, du. Kann man das hier mit irgendwas vergleichen? Hat der ungefähr die gleiche Tiefe wie die da hinten? Ungefähr, ja? Da müssen wir jetzt gerade mal rennen. Aber wir können ja hier über den Platz einmal schräg durch. Das ist ja schön. So, und da kommt der da. Die Breite haben wir gesagt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neuner Breite. Oder wir geben ihm nur zehner Breite. Zu überlegen, hat der ein bisschen, der hat, ja, schon einen Ticken mehr. Also kriegt er zehner. Das sind eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, acht. So. Mal eben kontrollieren. Und wenn wir jetzt hier da lang gehen, hat der eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben, acht, neun, zehn. Wir kontrollieren es nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Jawohl. Mussten wir jetzt nochmal kontrollieren, weil er natürlich wieder geruckelt hat beim... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Es ärgert mich ein bisschen. Ich wollte eigentlich vor einer halben Stunde schon anfangen. Und dann habe ich nochmal den Rechner neu gestartet und alles und... Ich habe halt nochmal so einen Riesenaufwand quasi. Naja, riesiger Riesenaufwand ist das jetzt auch nicht. Aber man macht sich halt nochmal einen Aufwand und... Ja. Das ist für nichts gut. Das ändert einfach nichts. Das ist dann ein bisschen ärgerlich. So. Alter. Ich habe echt Todeslecks im Moment. Hier haben wir ziemlich viel Baum. So. Wir müssen auch gleich alle nochmal weg. Aber jetzt ziehe ich erstmal hier meine Linie durch. Diese Linie ist übrigens auch... Scheiße. Vollkommen falsch. Was könnte das denn jetzt passieren? Weil er wieder geruckelt hat und dann... ...habe ich mich verdreht. ...habe ich mich verdreht. Das ist das... ...drecks Ding. Äb. Äb. Ja, das war hier irgendwie mittendrin ein Rucklau und dann stand ich hier neben vorne an der Kante und dann habe ich mich da durchgefräst. Obwohl ich mich da überhaupt nicht durchfräsen musste. Was ist doch hier lang? So. Aber das zeigt mir zumindest schon mal, dass ich im Großen und Ganzen diese hässlich abgeschnittene Kante einfach lassen kann. Weil sie entweder sowieso zugebuddelt wird oder vielleicht muss ich noch in den Keller reinschneiden, das weiß ich jetzt ausgepuppt nicht, aber ich muss den nicht mehr großaufwendig begradigen oder sonst irgendwas. So, das ganze Ding geht... Bis. Das ist hier am Ende alles nicht so ganz gerade. So, wie ist das denn jetzt? Ne, dieser Raumfahrt kommt hier nochmal. Das ist schon zu viel, glaube ich. Hab ich! Äh, geben sie mir mal neuen Stein. So, das ist jetzt die Außenkante, der geht. Was ist denn jetzt? Der geht bis hier. Achso, und dann ist... Gut, das heißt, ich muss überlegen, wie breit der ist. Der sieht aus, als wäre er breiter als der. Also ist er eher so... Ja, der hat schon so eine Dreierbreite hier. Und der geht dann schon so. Ach, Mann! Diesmal war es kein Ruckler. Diesmal wollte er einfach nicht springen. Und diesmal war ich selbst schuld, weil ich die Shift-Taste, statt zu drücken, nur streichelte. Ja, es klappt aber auch alles. Das ist, wenn ich so hochkonzentriert bin hier, dann... All meine Energie aufdenken. Da klappt der Rest nicht mehr. Ist hier hinten alles irgendwie ein bisschen verknorzt. Das gefällt mir eigentlich alles so nicht. Eigentlich ist das hier auch wieder ein Reiter. Ach, gut. Gut, aber da diese ganzen Räume alle irgendwie keine spezielle Bedeutung haben, ist das auch alles nicht ganz so tragisch. Wichtig ist nur, dass das, was rein muss, reinpasst. So. Hier haben wir entgangen. Den Zoom. Ich glaube, müssen wir schon so lassen. Gibt es da... Warte, wo ist denn hier die... Ach, die ist hier. Die Schräge. Okay. Haben wir hier aber echt noch viel Gang. Wenn der hier erst zu wird. Na ja, kann aber schon hinkommen. So, ich muss wieder heim ins Bettchen. Es ist so schnell Nacht hier immer. Aber wir haben jetzt auch hier die Außenmauer. Da die zwei Räume müssen wir noch einmal voneinander... Ich wollte mal unten lang voneinander rennen. Das machen wir dann gleich noch. Und dann haben wir das auch. Ja, ich weiß. Du willst mir Böses. Dein Ernst? Wenn ich jetzt sterbe wegen dieser Kack-Ruckler, dann kriege ich aber was zu viel hier. Alter, da kriegt er jetzt überhaupt nicht mehr ein. Jetzt gerade ist es sogar noch schlimmer als beim letzten Mal. Was ist denn mit diesem Spiel los? Ich darf sagen, wo ist die... Ähm... Anderen Aufnahmen, die wir jetzt zuletzt gemacht hatten, da hatte ich nicht so Probleme. Egal, ob das jetzt... Alter. Ich kann so nicht spielen. Sorry, das geht überhaupt nicht. Was ist mit diesem Spiel los? Bei der AIDA-Aufnahme hatte ich keine Probleme. Überhaupt nicht. Alter. Und auch bei den anderen Spielen, ob jetzt Seven Days oder sonst was, hat alles sauber funktioniert. Es ist nur dieses dämliche Minecraft von mir, was gerade momentan überhaupt nicht will. Unglaublich. Ich muss eine Aufnahmepause machen, das tut mir leid. Ich kann so nicht aufnehmen, das geht nicht. Das ist fürchterlich. Ich gucke mal, ob ich das gebacken kriege. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dahin. Erst noch mal einen Kuss. Tschüssi. 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 Tschüssi.